hallo und herzlich willkommen zurück zu let's play rom to the world 2 mit sparta ja wir kämpfen jetzt mal hier gegen die donnausschläge werden sie gewinnen ich glaube nicht hier steht auch schon eine hälfte hälfte also an sich wir würden eigentlich ja relativ sicher gewinnen aber ich glaube so knapp wird es gar nicht ich meine wir haben zwei pekiniers einheiten also ich glaube nicht dass es knapp wird wir haben auch ein fernkampf kavallerie und alles fein wieso steht denn da okay der kommt natürlich wieder von hier und da ist es eigentlich ganz cool hat man dann mache ich mal ja die da die können bis dahin schießen und die beiden mache ich so die restlichen kommen bitte hierhin so jetzt ist die frage die da werden auf jeden fall erst mal hier gebraucht und danach werde ich die nach hier verfrachten ich nähere pekinieren wie hatte denn der hat nur der hat nur zwei schwerkämpfe hier und die drei schwerkämpfe und eine schwerkampfeinheit wer hier drauf tut dann werde ich mal hier die und hier die anderen spartan natürlich beginieren er darf nicht sehr weit kommen hier ich stelle die jetzt mal so ein bisschen breiter auf damit die nicht von der seite angegriffen werden können die hoblieken tue ich mal hier hin und hier stelle ich mal die jugendlichen hin die da passen einfach mal auf so ok die schwerkämpfe erwarten eure befehle nein du sollst hier hin ja ja jetzt schreibe ich mich nicht dran so das sieht doch schon mal gut aus ähm ihr bitte mit ähm brände im geschoss ähm hab ich nicht gesagt brände ist geschoss geht er mit explosiv und damit brennen aber beide haben einfach blöde geschossen so weit vorne so hier rein wir können auch gerne mal hier rein machen die zwei schüsse waren jetzt ziemlich viel ich weiß auch ehrlich gesagt nicht warum der ähm die ki eigentlich sagt dass explosiv geschosse sehr gut gegen infanterie ist und brände geschossen sind irgendwie gut gegen eine unserer einheiten hat ihre gesamte munition verbraucht sind gut gegen andere sachen ne gegen gebäude und so ich finde explosiv geschosse sind mehr schein als sein also die ist sehr gut gegen moral das stimmt ich ich denke mir dass ich gerade viel zu lange rede und die da leiden darunter jetzt ach entschuldigung ne das ähm also brände geschosse sind halt richtig gut die pullern noch schön durch die durch die masse und macht da so eine fette schneise rein ist halt richtig cool die das zersprengst zwar das ganze weil die stehen halt alle wieder auf ne also bei römern zum beispiel ähm ist das an sich ganz gut also weil die haben ja den bonus äh bei ähm die haben ja oh wieso ruckelt das gerade äh die haben ja den den bonus bei ähm formationskämpfen bei denen ist es ganz gut das stimmt eine unserer einheit hat ihre gesamte munition verbraucht hier sind auch welche angekommen ich hole mal die spartaner hierher und die hole ich mal kurz zurück unsere männer fliehen vor der schlacht das ist ein schädlicher ich glaube hier habe ich noch eine bitte auch brennend das würde mich ja brennend interessieren aber ich bin so lustig was macht ihr denn da eine gesamte einheit ist umgekommen was ist das für eine formation bitte eine gesamte einheit ist umgekommen ein bisschen zurückziehen die ihr befehlt wir erwarten eure befehle spartaner auf fliehen spartanische peter befehl verstanden zu befehlen verstanden hier ist alles in ordnung da ist alles in ordnung da ist es natürlich nicht so in ordnung warte mal trifft der das sieht ganz gut aus dann schießt mal hier rein unsere männer fliehen vor der schlacht das ist ein schädlicher anblick also die kavallerie muss ich mal bisschen ein bisschen um die kümmern ich kann eigentlich jetzt schon vorher spulen also die schlacht wendet sich zu unseren butzen die schlacht wendet sich zu unseren butzen eine unserer einheiten hat ihre gesamte munition verbraucht ach das tor geht hier ok wir haben die tore eingenommen eine unserer einheiten hat ihre gesamte munition verbraucht gut passt ich wollte gerade nur dass er selbst durchs tor geht damit das kochende öl runter fließt das war nochmal ganz lustig so ja also da habe ich es halt wirklich verpeilt aber sonst knapper sieg von wegen knapper sieg so natürlicher tod politiker politische intrige ein bisschen fehl geschlagen so ähm der ist jetzt nach da geschnabuliert ähm ähm okay der bleibt mal da der hat hat bitte dankeschön dankeschön okay mh Hier sieht es ganz gut aus. Genau, ich brauche hier jetzt die da wieder. Gewaltrudern, bitte. Ich brauche euch hier. In drei Runden seid ihr da. Okay. Königlich egal. Was brauche ich denn noch für Ziele? Piasin und Syria. Piasin und Syria. Okay, alles klar. Dann muss ich die königliche Garde mal wieder Richtung Osten führen, würde ich sagen. Wie sieht es denn gerade aus? Also hier habe ich zwei Armeen, da habe ich eine Armee. Ja, drei Armeen müssten hier reichen. Da habe ich eine Armee. Die geht jetzt wahrscheinlich nach da. Und da habe ich jemanden. Wen habe ich da oben? Hm. Okay. Okay. Das muss ich noch erobern. Ah, hier habe ich auch noch einen. Okay. Die brauchen noch ein bisschen. Drei Runden, das ein bisschen habe ich. Ja. Das kann ich durchaus was machen. Hier ist halt die Gefahr, sobald ich rausgehe, dass dann der kommt. Der General. Deswegen muss ich da noch ein bisschen warten. Gut. Dann bringe ich dich mal wieder Richtung Alexandria. Okay, die hat was bekommen. Das ist gut. Die mache ich auch zur Attentäterin. Der bekommt nix. Der bekommt natürlich was. Erfahrung. Die letzte Mauer. Nee, der bekommt nix. Die 300. Der bekommt auch nix. Fertig. Ich erwarte weiter. Befehl. Der nervt wirklich. Aha. Das ist ja interessant. Was macht Rom? Hm. Wollt ihr herumsitzen wie ein alterer Mann im Schatten, bis der Feind euch die Kehle zuschnürt? Oder seid ihr ein Krieger? Wo? Wer? Wer ist denn das? Da war Thea. Ach, da drüben. Nee, ich hab ein Abkommen mit Nabatea. Und vor allem war, was willst du mit Nabatea? Ah. Passt. Danke. Sklavenaufstand unterdrückt. Erdrüsen. Ja, mei. Spartanische Abtrünnchen. Auf ihrer Pirateninsel. Hm. 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 So, Rang erhöht. Äh, Leukon, Entwicklungsfokus, militärisch oder keine Ahnung. Was, was machen wir gerade? Das finde ich zum Beispiel ziemlich nervig, dass man da nicht dann drauf drücken kann. Äh, machen wir militärisch. Ähm, Rang erhöht. Bla, 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 umsturz. Das ist natürlicher tot, äh, das ist aber fieldagent erholt. Und so weiter. Was machen wir denn gerade? Wir machen natürlich gerade nicht militär. Sechs Runden. Dann switchen wir mal kurz um. So, äh, hast du irgendwas verloren? Ne, hast du nicht. Das ist schon mal gut. So, du gehst da hin. Wo ist die Fullstack am Ende von dem? Keine Ahnung. Kann ich euch behilfe? Sie werden sich uns anreißen. So, was machen wir hier? Was machen wir hier? Ähm. Der Geld brauchen wir eigentlich an sich auch nicht mehr. Öffentliche Ordnung ist hier relativ stabil, aber... Ja, komm. Können wir eigentlich noch mehr machen. Vor allem die öffentliche Ordnung ist bei den neuen, ähm, bei den neuen, äh, Gebäuden sehr teuer. Also, beziehungsweise, äh, falsch gesagt, ähm, die neuen, also die, die Hightier-Gebäude sind halt, äh, ziemlich, äh, teuer mit, äh, also in Bezug zu öffentliche Ordnung und Futter und sowas, also. So, da geh ich mal Richtung dort. Sparta ist immer noch so winzig, ne? Blöde Stadt. Genau, der hat seine Befehle. Die macht hier weiter. Der hat auch seine Befehle. Der bleibt da. Der muss, glaube ich, noch... Äh... Ja, der hat ein bisschen... Ah, ich brauche eigentlich den auch noch. Also, hier, ich muss den mit zwei Armeen angreifen. Das ist auf jeden Fall. Das sieht irgendwie so aus, als würde der Richtung... ...Richtung... ...Mir gehen. So, was mache ich mit der 300? So, dann bekommen wir die ja ein bisschen mehr Geheimdienste und das ist ja auch... Äh, nie verkehrt, eigentlich. So. Die haben jetzt alle... ...Proni bekommen, was total lustig ist. Öffentliche Ordnung. So, du bist immer noch für eine letzte Runde. Okay. Gut. An sich ist es jetzt eigentlich relativ easy. Also, ja, wenn man mit Sparta an... Ach du, Pupkopf... Ähm... Hat er etwa gerade meinen General getötet? Könnte auch sein. Das wäre natürlich in diesem... ...in diesem Fall nicht so schlimm, weil das ja nicht meiner war. Hm. Ein einfacher Tribut. Mehr erwarten und benötigen wir nicht. Ja, von mir aus. Wir haben hier Geld. Dann, ne... ...stresst das die Spartaner mehr. Also, dann können die nicht so... ...ähm... ...frei agieren, sag ich mal. Was ist das denn jetzt? Und du glaubst, du... ...du kannst mich schnappen? Glaube ich nicht. Glaube ich nicht. Ich hab eine Beginnierseinheit und zwei Kavallari. Das passt. So, gut. Ah, ich... ...ich seh gerade, wir... ...nehmen schon wieder... ...ähm... ...20 Minuten auf. Das heißt, diese Schlacht kommt... ...danach. Danke fürs Zuschauen. Ich hoffe... ...äh, danach. Also, nächste Folge. Ähm... ...ich hoffe, euch hat's gefallen. Und ihr seid das nächste Mal wieder dabei. Oder beim... ...stream... ...ähm... ...montags oder... ...donnerstags jeweils um... ...bis dann. Macht's gut, bye-bye. ... ... ... ... ... ... ... Bis zum nächsten Mal.